Das hammerlos schlechthin, was man ziehen konnte. Sie sind einfach eine Mannschaft, die extrem stabil ist, die sich über Jahre auch immer wieder neue Spieler dazugeholt hat und die einfach eingespielt sind. Ein sehr attraktiver Gegner haben wir jetzt gesehen gegen Leipzig. Herausragende Einzelspieler und ein sehr guter Trainer, die jetzt echt eine Weile schon zusammen spielen. Die wissen genau, was sie machen auf dem Platz und extrem ballsicher. Gutes Positionsspiel, Erling Haaland vorne drin, also sie sind schon eine gute Mannschaft. Ja, sicherlich eines der schwersten Lose, die wir hätten ziehen können. Auch wenn man sich generell den Baum ansieht, ist es in diesem Jahr anders als im letzten Jahr. Dass es extrem schwer wird, sowohl gegen Pep und City, wie auch wenn man weiterkommen sollte, gegen den möglichen Halbfinalgegner, steht natürlich außer Frage. Aber mir ist es lieber so, wie hinterher einer sagt, es war nur Düsel und Losglück und haben immer gegen die schwächste Mannschaft gespielt. Also ich ziehe da schon sehr viel Energie raus und sehr viel Vorfreude, anspruchsvolle Aufgabe. Aber wir werden uns gut vorbereiten und ich glaube, es freut sich jeder drauf. Nachdem Pep uns hier verlassen hat, 2016 ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her, sind wir nie auf City getroffen. Und ich freue mich, gegen eine Mannschaft von Pep zu spielen. Ja, ich freue mich sehr, ihn zu sehen. Ich bin aber überzeugt, dass unsere Mannschaft sehr, sehr gut, hoffentlich bleiben wir alle gesund, und dass unsere Mannschaft sehr gut vorbereiten werden und dass sich die Spieler auch auf diese Spiele freuen. Bei uns ist es auch so, dass wir, glaube ich, eine Mannschaft sind mit sehr vielen guten Einzelkönnern. Aber wir haben auch schon gezeigt, dass wir als Team sehr gut funktionieren und darüber hinaus einen Top-Trainer haben. Dementsprechend glaube ich auch, dass das ein Duell auf Augenhöhe wird. Die Freude in Manchester wird sich auch in Grenzen halten. Also nehmen wir es so, wie es jetzt ausgelost wurde und freuen uns drauf. Es werden packende Spiele. Was ich super finde, ist, dass wir das Rückspiel in München haben. Und dementsprechend gehen wir da schon mit breiter Brust ran. Wir wollen dieses Jahr weiterkommen als Letzter und deswegen müssen wir die Spiele gegen City gewinnen. Ich glaube, generell jeder Fußballfan wird sich auf die beiden Spiele freuen, weil es, glaube ich, sowohl wir als auch ManCity zwei Top-Teams sind, die da aufeinandertreffen. Ja, das sind die besten Spieler auf der Welt, wieder auf dem Platz. Sehr attraktive Paarung und freuen uns sehr auf die Spiele.